2016 geht am Ende zu. Man macht sich seine Gedanken, was das Jahr mit sich gebracht hat. Man macht sich Gedanken über Gesundheit, Standortbestimmung, Freundschaften oder Freunde, die von uns gegangen sind, über die Entwicklung unserer Gesellschaft und für was, dass wir dankbar sind. Es gibt viele, aber eines ist mir ganz wichtig. Dankbar zu sein für das, was wir haben und dort, wo wir helfen können. An dieser Stelle sage ich noch ein Dankeschön für alle, die dazu beitreten haben und dazu beitreten haben, dass das Licht für uns immer noch brämmt. Damit uns nächstes Jahr noch das Licht brämmt, zünden wir eine Kerze an. Wir wünschen hier eine besinnliche Zeit für die kommenden Tage. Wir wünschen nach alles Gute, Gesundheit und Erfolg im 2017. Euer Familienbetrieb, Villa Casa.